Und da ist es. Wir haben uns heute gezeugt, heute Abend. Und wir stehen hier. Wir haben sich das zweitens hier geöffnet. Ich habe sie eben ein bisschen geöffnet, weil sie wissen, dass sie die gleiche Sorge waren. Da haben sie sich auch zurückgegeben. Und auch, dass sie sich in Gefahr dabei geben, dass man in der Gegend schon wieder ganz stark ist. Also, wir haben jetzt noch eine Entschlüsselung. Wir müssen die Gefahr, dass sie in Gefahr dabei sind. Und wir haben die Gefahr, dass sie in Gefahr dabei sind. Und wir haben die Gefahr, dass sie in Gefahr dabei sind. Auf der zweiten Petition. Und wir haben die Gefahr, die Gefahr, die Gefahr dabei sind. Wir haben die Gefahr, die Gefahr dabei sind. Der erste Mal ist die erste Mal weg. Sie ist 34. Und dann sehen wir mit Tomy. Und dann ist es der erste Mal weg. Der erste Mal weg von Tomy, auf dem Weg von Spitzel. Und auch das zweite Mal weg von Tomy. Wir haben ein Torjörg Amitsch. Wir haben das erste Mal weg. Der zweite Mal weg von Tomy. Der zweite Mal weg. Ja, und als Zehn, auf der Zeiss, alles gut in der Tür.